Willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil DLC. Heute feiern wir den Geburtstag von Jack, dem 55. Geburtstag. Die gute alte Nude. Jack hat Geburtstag, 55 Jahre. Mann ist der alte Typ. Aber immer noch so saustark. Starten wir die Party. Ach geil, es gibt mehrere Level, die man spielen kann. Jack ist vom Richten, wartet auf sie. Machen sie Jack fett. Bringen sie Jack essen und füttern sie ihn. Schneller, desto höher wird die Rang sein. Müssen wir die Menschen bringen? Ich weiß nicht, was die essen. Essen die Menschen? Warte, man kann ja noch weiter hinfallen. Feinde töten, Zeit verdienen. Ah, wir kriegen Feinde, die müssen wir umbringen, dann kriegen wir Zeit gut geschrieben. Ran an die Fähigkeit zum Versiegertür. Der isst gerne Cops. Somit gespielt. Heute ist Jacks 55. Geburtstag. Es war Feierstag. Es hat die Familie ein besonderes Mal zubereitet. Aber das reicht dem gefräßigen alten Jack nicht. Und da kommen sie ins Spiel. Finden sie die über das Areal verstreute Mahlzeiten und bringen sie sie zu Jack, um seinen Hunger zu stillen. Guck mal, wie der da fritzig ist. Ich habe Hunger. Was dauert das so lange? Die Regeln. Über das Areal verteilt können sie verschiedene Arten leckere Mahlzeiten finden. Sammeln sie die Mahlzeiten ein und bringen sie sie Jack. Sie können Jack füttern, indem sie eine Mahlzeit an Jack benutzen. Jedes Mal, wenn sie Jack füttern, wird sich ein Zufriedenheitsbalken füllen. Füllen sie den Balken komplett, um den Abschnitt zu fließen. Ich versauere hier! Alter, sieht das geil aus. Wir können hier noch einiges machen, habe ich gerade gesehen. Schaff das Essen in meinem Bauch! Uuuuh! Goldener Brechstange? Goldener Blaster? Ich würde sagen, wir nehmen... Nehmen wir die Flinte? Wir haben nur 6 Schuss für die Flinte. Ja, wir müssen die kaufen. Uuuuh! Ich habe Hunger! Was dauert das so lange? Das nehme ich und... Pistolenmonie? Besser vielleicht? Brauch mal ein Messer. Und Pistolenmonie. Und Erste Hilfe. Und Erste Hilfe. Alle drei oder einen? Äh... Escape, escape, escape. So... Kein Messer? Nö. Oh, mit.... Aufs Mir. Ah, dann müssen wir das hier hinbringen. Okay. Los geh�� glasses. OK. Umdrehen, umdrehen lassen. Geh. Ich hab' die Partyhälter auf! Oder was hab ich gehört? Ne, Baitroh hinter. Alter. Nachladen, nachladen, nachladen! Alter. Nachladen! Nachladen! Geben, 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 geben! Ja, komm! Boah! Ja! 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 Was zum Teufel ist das? Das ist egal. Was ist das? Oh, das sind die Regeln. Die Atom hatten viel aus. So lange. So lange. Ich versauere hier! Oh! Warte, ich glaube man kann kombinieren. Nein! Nicht hier mit! Nein! Nein! Ah! Schade. 10 Sekunden ist in die Surfer. Ich war mal unsicher, ob der überlebt. Aber ich hab' die überlebt. Ist ja eh unbegrenzt. Wollte eigentlich nochmal schießen. Hat das eigentlich auch ein Ende das Spiel? Weiter, weiter, weiter. Ja, ich bin festgegangen an der Treffer. Hat das auch ein Ende? Ja, irgendwann ja. Das ist großartig. Mehr davon. Kannst du nämlich die großen Mahlzeit kombinieren? Dann setzt es noch mehr davon. Mehr! Mehr! Das ist großartig. Mehr davon! Das ist großartig. Das ist großartig. Mehr davon! Ich bin für mich ausgerüstet. Warum nicht? Hallo? Was? Nachladen! 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 Du musst dich nicht halten. Ich hab drei Klammern. Links. Oh nein, jetzt sind die alle hier an. Geh auf! Hallo, geh auf! Jetzt kannst du zugehen. Ich werde drauf gehen. Schön. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Zehn Schuss! Zwei Gegner! Oh nein! Kopfschießen! Oh nein! Tolle Schuss! Und da musst du... Ne, kaufen kannst du nicht. Das ist glaube ich eine Grenze, oder? Oh nein! Kommt die eigentlich hier durch? Ist das ein Safe rum? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht testen. Was ist das für ein Mist? Oh! Was zum Teufel ist das? Krass! Und dann halt noch mal eine andere Muni. Ja, oder geht. Oh! Oh! Nachlan, nachlan, nachlan! Geh, 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 geh! GG! Geh! Geh! Ich drück F! Ja, geh, geh! Kannst du kombinieren? Ja! Kannst du kombinieren? Ja, jetzt! Kannst du kombinieren! Geht das nicht? Ah, nein, nein, nein! Ah! Aber auf Zeit muss ich eh nicht mehr spielen. Das hat sich erledigt. Das musst du denn mit zufriedenstellen eigentlich, ne? Fette Schweine! Hallo! Geht doch! Ah, ich würde den auch mal schießen! Was ist das? Das ist großartig! Wer darf das? Ach! Ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann! Ah, übrigens, komm mal nach! Ja, jetzt bin ich schon wieder eingefroren. Ich frag mich echt, was damit los ist. Vielleicht ist aber der Speicher auch. Wer weiß. Ah! Verteidigung 1, Feuerkraft 1. Besser als gar nichts. Ja, okay. Ich wollte mir das jetzt... Ach, das war verschiedene Sachen WTF. Ja. Also, man kann hier... ...auf verschiedenen Arealen, wie es aussieht... ...den Jake füttern. Darf ich ihn auch mal füttern? Kannst du ja noch mal machen. Ja, noch ein paar Minuten. Okay, machen wir schnell einen Wechsel. Ja, machen wir ganz schnell einen Wechsel. Wechsel, 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 wechsel. Und los geht's. Auch mal Gästehaus oder das andere? Ja, das andere. Ja, das nächste. Oh Gott, ist das da, wo der Endkampf war? Ich würde jetzt hier aber auch nicht unbedingt alles durchspielen, sondern erstmal nochmal einspielen. Dann kann er dann so einen Wechsel machen zwischen den verschiedenen Sachen, die man auch vorhaben, wie zum Beispiel... Ich versauere hier! Ich versauere hier! Ja, das sind Dinge, die eine Wirkung haben, wenn du sie trägst. Wenn du... Deinst oder meinst? Ich weiß es nicht. Wenn du viele Fähigkeiten trägst, wirst du total mächtig, aber vorsicht, einige Fähigkeiten haben negative Wirkungen. Also je mehr Fähigkeiten du trägst, desto weniger Mahlzeiten kannst du aufnehmen. Also du kannst hier eher... Hm, denkst du diese Fähigkeiten? Hören sich etwas aus einem Spiel an? Verrückt, was? Versuche Pfeffer und die Mahlzeiten zu kombinieren. Anstatt den Rest. Fünfzehn kannst du auch die Flinte nehmen. Hm, schafft das Essen in meinem Bauch! Mit Hesia schaffst du es vielleicht auch besser, aber die nehmen Platz weg. Da ist ja immer so eine Blocken. Ach, Ika Poker, was dauert das so lange? Und die Arme. Ich kann ja alles nicht mitnehmen, das verschönet ja nicht, oder? Ne. Aber es verschönet sich, aber es nimmt dir Platz weg und du musst auch das Essen mitschleppen. Ja, ich nehme mehr Platz, das Essen, mein Essen kannst du nicht schleppen. Ich tue einfach so, als würde ich nicht verletzt werden, ne? Ich versauere hier! Das muss ich mitnehmen. Ja, und ein Paket für den Pumonien, das reicht dann erstmal. Und los geht's. Auf geht's! Ähm, ich weiß nicht, ob hier Fallen existieren, ne? Oh, okay. Kannst das auch schon kombinieren? Ja. Hier ist es kombiniert ja, ne? Ja. Egal, mach weiter. Ah, da gibt's die Schlöstersysteme. Stimmt, da musst du spezielle Typen kennen. War da nix drin? Das war ja selber Raum. Ach so, ja. Ach so, ja. Aber da kommst du erst rein, wenn du den... Smons mit dem Blaunschloss gekehlt hast. Ich mag die Musik hören. Ja, erstmal was anderes, ne? Was tut du denn mit dem Blaunschloss? Auch wieder kombinieren. Ne, ne, war da nix. Das war die... Das war die... Das war die... Das war eine Scherzfrage. Ah, verrückt hier schon wieder. Ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Ne. Man hat ja noch ein bisschen Zeit. Den kannst du. Kommst du direkt rein? Ja, das ist nicht weit. Nein. Ich glaube, die Tür ist jetzt offen unterwegs. Ja. Und dahinter ist wieder so ne Waffe... Nein, nein, nein. Jetzt gehe ich richtig ab. Oh, ne, den Topf. Kombiniere es mit dem Pfeffer. Ja. Und jetzt das noch. Jetzt würde ich erstmal abliefern. Bevor du dir jetzt irgendwas machst. Läuft ja echt super. Gut, dass du das mit der verbesserten Feuerkraft gemacht hast. Ja. Ernsthaft? Ganz easy durchlaufen mit der Musik, ne? Ja, auch hier. Call me. Das macht doch Spaß. Ich nehme mich richtig viel eigentlich. Verdammt, lecker! Nur so ziemlich. Was ist das für ein Mist? Ja, hab ich dir gekocht? Stella! Ich glaube nämlich, wenn du unter die letzte Zeit kommst, dass du dann das Spiel verloren hast. Wie, wenn ich unter die Zeit meinte? Nee, das ist, äh... Ja, doch. Ich glaube, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist das komplett Ende. Ja. Aufpassen. Läuft. Jetzt ist die Special Gun. Gut aufpassen, woher die jetzt alle kommen. Wo, 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 wo? Ich weiß es nicht. Ich spring einfach runter. Weil ich... Ja, acht Sekunden. Ja. Null. Schade. Kannst du die kombinieren? Ne. Kannst du alle nicht kombinieren. Das heißt, dasselbe. Ich glaube hier habe ich... Ne, jetzt ist noch was. Hast du keinen Platz dafür... Oh, doch. Oh, hier. Noch einen habe ich. Oh, hier. Es gibt auch, ähm... Kuchen. Der macht richtig viel. Oh, hier habe ich sonst alles durch. Und jetzt sonst nichts. Oder? Da hinten ist ja was. Ich habe jetzt aber schon mal das eine Ding geöffnet. Das ist ein fetter. Hier, guck. Mehr davon, mehr davon! Kann sie gleich abkürzen. Warst du auch gut. Das ist ein Großart. Mehr davon! Ne, dann ist immer so ein Plus dran. Das andere bespare ich mir noch auf. Ja, das kommt hier. Ah, auf! Du hast ja noch Zeit. Oh nein. Das kannst du kombinieren, ja. Kannst du nicht mit Fett machen? Schade. Vorsicht! Eine saubere Leistung. Das habe ich eigentlich grün. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Nein. Das ist großartig! Mehr davon! Das ist großartig! Mehr davon! Was ist das für ein Mist! Schade. Lauf! Ah, das habe ich vielleicht irgendwo nach links um die Ecke stehen, ne? Ah! Es hat mich gejuckt! Das ist auch noch so. Es juckt mich. Ich wollte jetzt... Ich hätte das länger... Schnell bevor die Springviecher wiederkommen. Wovon scheint alle unterwegs zu sein. Das hätte ich mit... Lauf! Weglauf! Das hätte ich mit Dings kombiniert sein, aber... Halt dich nicht auf an dem! Doch! Hier geht eine gute Zeit später. Kriege ich auch Zeit dazu. Ja, aber... Ich bin jetzt nur noch bei B, ne? Jep. Oder kommt B ab 5 Minuten? Das ist B. A hattest du schon vorher. Schade. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr S kann! Schade. Aber trotzdem, B ist auch nicht schlecht. Das hat dir nur... 2 Sekunden gefehlt. 26 Sekunden. Äh... 46 Sekunden. 46 Sekunden. Für... Punkt A. Alter. Ja, es ist hart. Wie soll man denn S bekommen? Keine Ahnung. Das heißt, man muss... Du musst wissen, wo die guten Sachen sind, die du kombinieren kannst, die 4 Punkte geben. Ich krieg's ja echt nur noch. Soviel zum Geburtstag von... Jack! Ba 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 ba... Diese Facecam macht mich kirre, yeah! Immer noch schon ein Bild auf der Facecam, aber wer weiß, was ein Video ist. Gleich ist es dir uns, yeah! Ach, der ist er. Warte! Warte! Weißt du, Mario? Manchmal... Ich denkst du mir zu leben. Wollen wir mit leeren Gläsern? Weißt du, was ist denn los? Weißt du, das ist nur ein Tropfen? Was haben wir denn falsch gemacht? Prost! 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 Schade, oder? Genau! Jetzt sind los! Und jetzt beenden wir die Folge. Wenn die Facecam doch läuft, dann wird das richtig behindert. Ey, wenn... Das heißt, wenn wir dann bei den Facecam... Auf jeden Fall! Na bitte, Facecam! Seid da! Seid da! Seid da! Mach nicht diesen da! Ey! Mach nicht diesen da, ne? Tch! Mach's gut, Leute! Vielleicht gibt's noch ein paar weitere Folgen aus... Albtraum! Der Geburtstag! Oder... Ethan muss sterben! Und da kann's sein, dass ich den dann alleine spiele und ohne Facecam! Eventuell! Ansonsten sehen wir uns im Story DLC wieder! Not a Hero! Das soll ja noch kommen, aber verspätet! Leider! Oder ein anderes Place! Wie zum Beispiel Starbound! Oder... Rainbow Six Siege! Oder PlayerUnknown's Battleground! Oder eventuell auch wieder South Park! Das wird's! Und... Rocketbeak! Rocketbeak! Damit haben wir sechs Programme im Sender! Auf YouTube! Okay! Im Internet! Im Internet! Ciao! Im Hashtag Krautland, ne? Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!